Eine der ältesten bekannten Hochkulturen ist Uruk in Mesopotamien, dem heutigen Irak. Dort entstand im 4. Jahrtausend v. Chr. die erste Großstadt der Weltgeschichte. Tempel und Paläste, Handwerkerviertel, Marktplätze und Kasernen verteilten sich auf einer Fläche von 5,5 Quadratkilometern. Bis zu 50.000 Menschen sollen dort gewohnt haben. Wie urbanes Leben funktionieren kann, wurde wohl in Uruk erstmals ausprobiert. In der Megametropole feierte einst die Literatur mit dem Epos um König Gilgamesch ihre Geburtsstunde. Hier entwickelte sich aus Piktogrammen und Symbolen die Keilschrift. Ein ausgeklügeltes Wirtschafts- und Verwaltungssystem brachte der Stadt Wohlstand und Macht. Mit Prachtbauten und Luxusgütern setzte sich ihre Elite immer mehr vom Großteil der Bewohner ab. Die Ungleichheit in der Gesellschaft erlebte in Uruk eine neue Dimension. Als politisches Zentrum, Wirtschaftsmacht und sakraler Ort, als Geburtsstätte von Bürokratie, Großarchitektur und Schrift, als Mittelpunkt von Kunst und Literatur setzte Uruk Massstäbe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017